cyborgs rap und freier wille politik und populismus spiritualität und ethik tod und teufel ein podcast mit menschen die was zu sagen haben hier ist erleuchtung garantiert ich bin dorothea lütte kins religionswissenschaftlerin an der universität zürich und sitze tatsächlich im bahnhof von st gallen wobei ehrlich gesagt neben mir sitzt ein zwei klaviere stehen zwei klaviere wir sind zwar im bahnhofsgebäude aber eben auch in der micro club schule und zwar in der musikschule und neben diesen beiden klavieren vor ihnen sitzt auch rudi lutz der künstlerische leiter und dirigent der johann sebastian bach stiftung in st gallen und ehrendoktor unserer fakultät und ehrendoktor bist du ja geworden weil du eben nicht nur musiker bist also dirigent und komponist und orchesterleiter und alles mögliche sondern eben auch musiktheologe musiktheologe dieses wort höre ich zum ersten mal aber eigentlich gefällt es mir gut das heißt man interessiert sich bei geistlicher musik um den untergrund den hintergrund oder den oberschimmer einer einer musik was bedeutet das wort in welchem zusammenhang findet man das wort das heißt ich unterbreche ich schon was ist geistliche musik du sagst der unterton der untergrund geistlicher musik was macht musik zu einer geistlichen musik die frage was ist geistliche musik ich denke jetzt zuerst einmal an die vertonung biblischer inhalte ich denke natürlich auch an orgelmusik die vielleicht für den gottesdienst geschaffen wurde mach selber hat ja keinen großen unterschied gemacht seine weltliche musik klingt sehr ähnlich wie seine geistliche musik und er braucht in der geistlichen musik auch weltliche sachen tänze aus dem höfischen bereich menuet ähnliche sachen und so weiter lieber gott ich könnte auch ohne weiteres zu einer geworte aus der suite auch einen geistlichen text finden er sagt es jede musik die echt ist und die auf den general was auf aufbaut ist eigentlich musik zur ehre gottes überhaupt musik grundsätzlich zur ehre gottes also bach hat im grunde genommen wenn er an musik gedacht hat auch immer gleich an also an sein verhältnis zu gott gedacht oder sein christliches weltbild so würde ich es beschreiben denn wenn man seine bauernkantate anschaut dann merkt man hier geht es wirklich ums bier und um die um den tanz und das zusammensein oder die hochzeitsquotlibets da ist ganz klar es geht nicht nur um den siegen den geistlichen siegen sondern auch den siegen für das ehepaar also das heißt es gibt schon auch einen säkularen bach bach hat nicht immer gleich christliche musik gemacht oder ich glaube sein leben war ausdruck zeugnis von einer sehr starken gottes verbundenheit und was er tat das tat in einer tiefen verbindung mit mit dem schöpfer gott habe ich den eindruck wenn man die eintragungen der karloff bibel zum beispiel liest da wird ein das ist die karloff bibel also der karloff dass der abraham karloff der hat in den jahren 1680 etwa hat er eine bibel herausgegeben eigentlich eine luther bibel und sehr viele kommentare von luther dazu geschrieben und auch seine eigenen kommentare dazu und diese bibel also ein riesen ding das sind 30 kilogramm drei bände die hat sich bach in den dreißiger jahren zugetan oder sie wurde ihm geschenkt und da hat er sehr viele eigene kleine bemerkungen an den rand geschrieben und die sind zum teil außerordentlich spannend zu lesen einerseits hat er auch durchaus die bibel genau gelesen und wenn ein druck fehler war hat er den korrigiert ja also man sieht auf schweizerdeutsch hat man einen tüpfel schiessen war pingelig ja unbedingt und dann steht bei gewissen stellen so was notabene das schönste beispiel vielleicht wo ich einfach den eindruck habe bache sei ein tiefgläubiger mensch gewesen und nicht nur einer der tut als ob er gläubig wäre was immer wieder gesagt wurde ist bei der stelle wo der die einwand des tempels in der zweiten chronik erklärt wird da heißt es die priester waren da und es wurde gefestet und gefeiert und es waren 120 trompeten spielende priester und sie klangen wie eine trompete und das ist natürlich großartig das ist meine idee von einem ensemble das zusammen musiziert und sagt 120 leute auf der bühne wir klingen wie eine person und da schrieb der notabene dass bei einer andächtigen musik ich hoffe ich zitiere es richtig alle zeit gottes gegenwart gnade ist also das nicht nur bei einer sakralhandlung bei einem sakrament gottes gegenwart da ist sondern auch bei einer andächtigen kirchmusik wir sind jetzt eigentlich schon viel weiter und mittendrin die überlegung war ja dass wir beide uns heute hier treffen dass die dieser podcast im grunde kurz vor karfreitag also eine woche gesendet werden wird eine woche vor karfreitag und letztes jahr war ich im gespräch mit einem neutestamentler also mit meinem kollegen jörg frei den kennst du ja auch und da ging es sehr viel um historische fragen und im grunde genommen geht es um diese unglaubliche geschichte da vor 2000 jahren die ja immer wieder erzählt worden ist also nicht nur ein historisches ereignis war sondern dieses dieses erzählen von verrat von todesurteil von einem grauenhaften sterben von hoffnungslosigkeit am ende dann auch wieder hoffnung die ist immer wieder erzählt worden 2000 jahre lang und eben auch musikalisch erzählt worden und ich dachte es ist jetzt dieses jahr ganz schön mal nicht so in dieses historische rein zu gehen was ist jetzt wirklich passiert vor 2000 jahren sondern was ist daraus gemacht worden und da kamst du mir natürlich sofort in den sinn mit deiner faszination an den beiden passionen die bach geschrieben hat und ja jetzt habe ich so einen langen anfahrtsweg genommen eben was ist das faszinierende an diesen passionen also es gibt ja menschen die hören so die ersten takte der matthäus passion und wissen sofort ist es nicht nur bach sondern es ist die matthäus passion das können wir gleich probieren die matthäus passion ist ein e-moll so Faszinierend bei der Matthäuspassion ist dieser Bass. Und dann dieser aufsteigende Gestus. Jetzt die Antwort. Ich mag mich gut erinnern. Ich finde es spannend, hier mit Leuten zu arbeiten, die von Bach überhaupt nichts kennen. Wenn ich einmal wissen will, wer das ist, passierte mir letztlich, ich war ganz erstaunt. Ich habe gesagt in einer Schulklasse, 13- bis 18-Jährige, hat jemand von euch schon Bach gespielt? Haben sie mich angestarrt? Dann habe ich gesagt, hat jemand von euch schon den Namen Bach gehört? Und sie starrten mich weiterhin an. Und dann war mein Ziel. Weil ich will, dass sie nachher merken, dass das ein unglaubliches Phänomen ist. Wie alt waren die? Ja, eben 13-18. Also denkt sie, konnten mir viele über ihre Musik erzählen. Ich frage immer wieder Jugendliche, was sie für Musik haben. Und sie können sie sehr genau erklären. Das ist das Faszinierende. Ich kenne den Unterschied zwischen Hip-Hop und Trepp-Hop. Und sage, hörst du das nicht? Und ich muss sagen, ich höre es erst, wenn du mir hilfst, es zu hören. Darum meine ich, hören lernen muss gelernt werden. Und dann mag ich mich gut erinnern. Dann habe ich dieses Stück jetzt gespielt und habe gesagt, ihr seid jetzt alle Filmregisseure. Sagt ihr mir, was kommt bei euch für ein Bild hoch? Denn wir müssen wissen, Bach ist ein sehr, sehr beliebter und oft verwendeter Filmkomponist. Das wäre mal ein Seminar wert für eine Musikgeschichtslektion. Wo wird er verwendet? Und klar, wenn dann ein modernes Outfit eines Films da ist, dann sind die Jugendlichen sofort da. Dann sagte mir einer, einer, der mit seiner Baseball-Mütze nach hinten, ich glaube, die Füsse hatte er zuerst auf dem Tisch. Also das war Gott sei Dank nicht mein Problem zu lösen. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, wie bewundere ich die Lehrerinnen und Lehrer, die das dann aushalten. Sagt er mir, du, ich sehe den Zug einfahren in Auschwitz. Peng, das war für mich ein, ja, es war ein Peng, ein Schlag. Und ich sagte, ja, komm, ich spiele es euch gleich nochmals. Das war ein Thema, das sie natürlich in der Geschichtskunde schon bereits erlebt hatten. Und dann dieses Dann sage ich, ja, im Text heißt es, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Helft mir klagen. Und der zweite Chor sagt, was ist los? Sag wen. Und dann sagen sie, ja, klage, sehe den Bräutigern als wie ein Lamm. Und natürlich, dieser Text ist dann wieder sehr schwierig zu erklären. Das habe ich dann etwas auf der Seite gelassen, weil hier müsste man über das Lamm Gottes sprechen, ein biblisches Bild. Wie würdest du, Dorothea, das Lamm Gottes erklären? Einer, sagen wir, interessierten, aber nicht kenntnisreichen Schulklasse? Das ist eine herausfordernde Frage. Ja, sicher. Ich glaube, ich würde damit anfangen, dass das Lamm Gottes, also das, was jedenfalls in dieser Passionsgeschichte beschrieben wird oder auftaucht, genau das Gegenteil dessen ist, was man bei Sprüngli dann so als Schokoladenlamm vorfindet. Klein, niedlich, kuschelig. Sondern das, ja, dann kommt natürlich die ganze Frage, inwieweit möchte man jetzt eine Opfertheologie überhaupt da hineinlesen? Also die Vorstellung, dass Gott seinen Sohn opfern musste mit diesem Kreuzestod, das ist ja heute schwer verdaulich und vielleicht will man es auch gar nicht mehr verdauen. Aber was ich jetzt spannend finde, ist, dass offensichtlich dieser junge Mensch ja vermutlich nicht christlich sonderlich sozialisiert worden ist und auch nicht jetzt musikalisch mit Barockmusik sozialisiert worden ist. Und dass der bei diesen Tönen aber etwas gespürt hat, was genau in der Passionsgeschichte ja beginnt. Also die Ankündigung eines entsetzlichen Grauens, das passiert. Und nun war das ein Moment für mich, wo ich sagte, ja, ist dieser Johann Sebastian Bach schon ein Kerl? Es kann sein, dass ich einfach ans Gravier saß und es gespielt habe. Es war eine unmittelbare Art und Weise, es zu erleben. Natürlich, es wäre wunderbar, man könnte eine Aufnahme hören. Das könnte man nachher natürlich noch nachliefern und sagen, hört ihr die Instrumente? Aber eben, wie gesagt, ich meine, dass die Bachschen Passionen bei einem Publikum, das überhaupt keine Ahnung hat, einfach schon vom Plot her, von der Geschichte her eine Faszination ausstrahlt. Die wahnsinnigen Chöre in der Johannespassion, kreuzige, 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 kreuzige ihn. Wenn man das gut präsentiert und sagt, hört ihr mal, hier ist eine wütende Menge, dann könnte ich den Radio auftun und sagen, hören wir mal diese Proteste in Paris oder was es dann gleich ist. Es sind alles menschliche Erlebnisfelder, heutzutage ganz besonders, die, wenn man sie verknüpft, sie dann sich auch mit der Musik verknüpfen und die Musik dann verstanden wird, weil Bach ist hochemotional in seiner Art. Das Verrückte ist aber, er ist auch hochteologisch. Und das könnte ich vielleicht anhand von diesem Stück bei der Matthäuspassion zu erklären versuchen. Wahnsinnig gern, aber das heißt, du würdest sagen, Bach ist beides. Also er kann säkular oder zumindest nicht christlich gehört werden, sozusagen auf dem Boden menschlicher Erfahrungen, die ganz unabhängig davon sind, ob man jetzt diese christliche Passionsgeschichte kennt oder nachvollziehen kann oder überhaupt gläubig ist. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass er immer sehr vieles hat, sehr viele Ebenen und das macht ihn so großartig. Wie Shakespeare oder so. Aber hat er auch das kuschelige Osterlamm von Sprüngli? Nicht in den Passionen, oder? Nein, das hat er überhaupt nicht. Er hat das Liebliche und das Herzinnige zum Beispiel in der Art und Weise, wie er die Beziehung zwischen einer gläubigen Seele und Christus darstellt. Und hier ist ja vom Bräutigam die Rede zum Beispiel. Und das ist natürlich ein hohes Lied der Liebe. Ich liebe den Christus so, wie ich meinen Geliebten liebe. So diese Heftigkeit der Aussage. Und da gibt es schon sehr viel Süsses. Es gibt auch in den Passionen großartige süße Momente. Ich denke, bei Bach kann man ihn ausgesprochen vielfältig auch hören. Und ich denke, die Geschichte einfach als solches, wenn man die liest, in der Bibel einfach durchliest, das Johannes-Evangelium, das ist ehrlich so spannend wie ein Krimi. Es ist ja in gewisser Weise ein Krimi. Ich kann mich erinnern, ich habe die Bibelgeschichte als relativ junger Mensch mal selber gelesen. Und dann habe ich gesagt, bei der Stelle, wo der Pilatus eigentlich sagt, hallo, der Mann, der ist unschuldig, ich sehe keine Schuld an ihm. Da habe ich gedacht, ja jetzt kommt das doch noch gut raus. Es ist ja der Boss, dieser Pilatus, könnt ihr mal sagen, haltet die Klappe. Ich bin der römische Stellvertreter, ich kann euch alle irgendwo hinschicken. Und dann ist ihm das nicht gelungen und ich war so unglaublich enttäuscht. Die Enttäuschung kommt ja bei Bach auch raus. Ja, natürlich. Das ist ganz klar. Und doch kommt eben auch die Botschaft, das musste alles so sein. Das hat ja alles Gott eingerichtet. Und das hat mich dann auch verrückt gemacht. Warum braucht er dann einen Judas, um ihn zu verraten? Die wussten doch, dass das Jesus war, der da kommt. Sie ist ja im Garten, er hat ja öffentlich gepredigt. Und wenn sie die hohen Priester fanden, wir wollen den jetzt fangen, dann muss er doch nicht verraten werden. Aber eben alle diese ganzen Sachen. Das gehört zum Plot. Das gehört eben auch zum Plot und das natürlich interessiert mich. Und bei einer Passionsaufführung natürlich gehe ich den musikalischen Spuren nach. Und das ist vielleicht der Musiktheologe, der es nicht nur schaut, zwar Matera, Tatara, Tatara, Tata, sondern was ist in diesem ersten Chor drin? Die Verzweiflung, mein Bräutigam, er wird abgeführt. Wohin? Was? Wie? Also ein Drama, das ist eine Oper. Also nicht... Also für mich, sondern... Und dann versuche ich das meinen Musikerinnen und Musikern, wenn sie es nicht schon sowieso machen, oder ich es durch meine Geste zeigen kann, quasi. Aber es muss tief in mir drin sein. Und natürlich, als dann diese Ehrendoktorwürde kam, ich flog aus allen Wolken, aber irgendwie hat es mich dann wahnsinnig gefreut. Mich auch. Also ich habe wirklich sehr... Jetzt möchte ich eigentlich... Genau, wir kommen zu dem Theologen. Dem Theologen, ja. Das ist nämlich etwas ganz Spannendes. Wenn wir die Musik hören, also ist dieser Puls... ...meine ich die Verzweiflung. Und dann bleiben wir auf dem Ton, immer auf dem Orgelpon. Also die Bedrohung wird immer grösser. Und jetzt das Aufsteigen... Also diese vier Noten. Und dann geht die Tonleiter weiter. Zwei Teile. Jetzt. Das Stück ist ja ein Moll. Sonst würde es ja... Ganz eine andere Qualität. Aber er nimmt Moll. Aber wenn wir jetzt die Tonleiter anschauen, die entsteht durch diese Töne, die ich vorhin angesungen habe, dann staunet man und sagt, hallo, das ist ja gar keine Moll-Tonleiter, sondern eine Dua-Tonleiter. Jetzt, ich glaube, das ist eine theologische Aussage. Das Elend, das schreckliche Elend, das ans Kreuz führt, ist unsere Erlösung durch das Kreuz. Ein Dua, eine Dua-Tonleiter, also die Vollendung seiner Aufgabe. Und was braucht es dazu, diese schreckliche, fürchterliche Geschichte, die eben meinen jungen Menschen, den ich sofort tief in mein Herz nahm. Hallo Mann. Ich sagte ihm, das werde ich immer so hören, wenn ich das aufführe, die Auschwitz-Geschichte. Ich mache es doch nochmals. Ja, solche Sachen versuche ich zu entdecken. Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, Bach gelingt es musikalisch, diese Gleichzeitigkeit umzusetzen, dass in diesem Grauen, also diesem quasi durchlebenden, dieses menschlichen Abgrundes, dass da gleichzeitig auch eine Hoffnung drin liegt. Also ohne den Abgrund zu beschönigen. Ja, ja. Also das fasziniert mich und da bin ich immer auf der Suche. Wo könnte ich im Bachschen Werk die theologischen Spuren finden? Wie kommt er auf eine Harmonisierung? Wie legt er die Melodie? Ich meine, da gibt es ein paar klare Sachen. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garte. Da rein ging Jesus mit seinen Jüngern. Judas, der ihn verriet, heißt es. Natürlich, da gibt es zum Beispiel diese Geschichte Jesus als höchster Ton. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garte. Da rein ging Jesus und seine Jünger. Bei einem Punkt gibt es eine Kadenz. Also jetzt kommt der Judas. Judas aber, oder dieser Akkord, Das ist nicht einfach, ja, da kam einer und hier ist Judas. Und Judas wird bereits interpretiert. Das ist zum Beispiel eine Ebene, die ich seit Jahrzehnten untersuche. Die ist mir hier und da so klar, dass ich gar nicht mehr weiß, dass das eventuell nicht so klar sein könnte. Aber das kann ich erklären. Weil das hören die Leute, dass das kein schöner Akkord ist. Und wenn sie es nicht hören, mache ich dann das so mit seinen Jüngern. Judas aber begrüßte ihn und servierte ihm eine Cola. Und dann finden Sie es wieder lustig, oder? Das heisst, ich muss immer wieder ein lustiges dazwischen. Und nachher hört er den Unterschied und dann kann man sagen, ah ja, ah ja. Ich glaube, ich muss bei der Erklärung von Musik, muss ich das Vertrauen der Menschen haben, dass ich mit Begeisterung und Ernsthaftigkeit an die Sache gehe. Und dann kann ich mit Witz und ab und zelligem Gegenteile machen, die mir aber eigentlich helfen. Das mit der Cola, das ist natürlich wahnsinnig doof. Aber es gibt einen Lacher, kurz, und dann sage ich, er gibt ihm eben keine Cola, er will ihn verraten, also nehme ich einen Akkord, der auf der Seite ist. Dann kann ich sagen, ja, das ist eine Art und Weise des Bachschen Sprachgebrauchs. Ja, ich möchte eigentlich ein lebendiges Wörterbuch der Bachschen musikalischen, theologischen Sprache werden. Bach hat ja offensichtlich den Eindruck gehabt, dass eine Passion nicht reicht. Also er hat beide Evangelien, Matthäus' Evangelium und Lukas' Evangelium vertont. Er hat auch das Markus' Evangelium vertont, ist leider nur das Libretto vorhanden. Da haben viele Leute sich schon dran gewagt, es zu ergänzen. Es gibt ja Vermutungen, dass er allenfalls andere Stücke noch verwendet hat dafür. Und ich glaube, das Lukas' Evangelium möglicherweise auch. Also man sprach, glaube ich, von fünf Passionen. Habe ich mich jetzt versprochen, ich meinte Matthäus und Johannes. Matthäus und Johannes sind die Hauptsächlichen, Lukas und Markus gibt es auch. Und wo, also das hat mich eben schon mal fasziniert im Gespräch mit dir, dass du sagst, Bach hat diese Unterschiede dieser beiden Evangelien musikalisch auch so rausgearbeitet. Wenn man das Matthäus' Evangelium so überschlagsmäßig vergleicht mit dem Johannesevangelium, also dem Passionsbericht, würde ich sagen, das spürt man bei der Begegnung von Jesus mit Pilatus. Im Matthäus' Evangelium ist es der leidende Christus. Es ist auch im Markus' Evangelium die ganze Gethsemane-Situation, wo er Blut schwitzt, im Lukas' Evangelium sogar, wo er Angst hat und sagt, lass doch diesen Kellich vorübergehen. Oder das Matthäus' Evangelium, wo er am Schluss der ganzen Veranstaltung sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der leidende Christus ist im Matthäus' Evangelium viel präsenter als im Johannesevangelium. Beim Johannesevangelium begegnet Jesus ja dem Pilatus komplett auf Augenhöhe. Er lässt ihn sogar links liegen, gibt ihm keine Antwort. Du weisst genau, ich könnte dich jetzt entlassen, oder ich kann dich ans Kreuz hin. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dann kommt diese ganze Reichsgeschichte hinein. Komplizierte theologische Sache, das ist musikalisch dann abgehoben. Aber ich denke, auch dort könnte man theologische Ansätze finden. Aber Jesus ist derjenige, der sein Amt vollbringt. Er kommt hinein. Im Schluss sagen wir nicht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern es ist vollbracht und neigte das Haupt und Verschied. Und das Vollbringen heisst, ich habe meine Tat, die ich vollbringen muss, die habe ich jetzt erledigt. Und darum zum Beispiel, das ist der Anfang der Johannespassion, da könnte man natürlich jetzt dann schön ein Stück lang hineinbringen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und dann die Oboen und die Flöten, die unisono spielen mit diesen Dissonanzen diesen Passionsweg darstellt in einer kraftvollen Art und dann dieses Herr, Herr, unser Herr, diese Kollaraturen. Das ist ein ganz anderes Jesusbild, das er entwirft und ich sehe, dass Bach die Evangelien fantastisch gut gekannt hat. Das habe ich dann auch bemerkt bei der Karloch-Bibel unterstrichen, das hat ihm gefallen, das hat ihm nicht gefallen, das hat er unterstrichen, das hat er kommentiert. Es gibt 500 Eintragungen in dieser Bibel und die waren nicht für die Pfarrherren bestimmt. Also Bach hat einfach in diese Bibel reingeschrieben, ich meine, das war ein kostbares Buch. Ja, mit roter Tinte zum Teil. Ich habe mir das Buch gekauft, ein teures Ding, eine Faksimile. Also ein Nachdruck. Ein Nachdruck, ja, stell dir vor. Ja, eine Offenbarung, würde ich sagen. Alle Fragen, die immer wieder gestellt wurden, der Mann war doch wie viele Kirchenmusiker. Ja, Herr Pfarrer, ja, Herr Pfarrer, mein Jesus Christus. Und zu Hause, ja, interessiert mich nicht. Es ist eindeutig, dass das bei Bach nun nicht der Fall war. Würdest du denn sagen, man selber kann Bach nicht nur hören, sondern auch dirigieren, aufführen, wenn man selber kein gläubiger Christ ist? Also ich bezeichne mich ja in der Zwischenzeit als gottesfürchtigen Agnostiker. Ich habe mich, seit ich den Doktortitel bekommen habe, täglich mit Literatur, also ich interessiere mich und irgendwie ist ein, ja, ein Same schon noch da. Aber ich würde nicht meinen, dass man gläubig sein muss, aber man muss die Sache verstehen. Man muss auch wissen, ich meine, man müsste ja auch die lutherische Orthodoxie verstehen. Aber das sind ja zwei Sachen, also ob ich sozusagen bestimmte theologische, theoretisch-philosophische Hintergründe verstehe oder ob ich selber innerlich diese Gottesbeziehung nachvollziehen kann. Ich gebe dir Rechte, Dorothea, das ist wahrscheinlich schon noch was anderes. Aber was mich tief fasziniert ist, dieser Bach, er war ein gläubiger Mensch, das ist in dieser Musik und wenn ich mich hier hineinbegebe, begebe ich mich in dieses Bachsche Wasserbad. Oder ich habe auch schon gesagt, ich sei in Bach mariniert. Also nicht, dass ich mich jetzt empfehlen würde, das sicher nicht. Aber ich glaube, das ist schon spürbar, dass mir die ganze Geschichte, auch bei den Kantaten, das ist noch viel komplizierter. Ich möchte gerne eindringen in das, was ist und versuchen, das in die Musik zu legen. Und wenn das rauskommt, habe ich den Eindruck, ja, das sei schon ein Transformationsprozess, der auch für Menschen durchaus hörbar sein kann, die einmal mindestens sich die Zeit nehmen, es sich anzuhören. Aber ich bin der Meinung, dass Bach ohne Vorkenntnisse nicht ganz einfach zu vermitteln ist. Aber wenn man, eben wie gesagt, wie ich es vorhin erzählt habe mit diesem jungen Mann, das war in Lausanne, wir haben Englisch gesprochen, damit wir etwa gleich lange Spieße hatten. Ja, ist es schon möglich, Zugang zu ermöglichen. Und das, was mich persönlich unter anderem an Bach so fasziniert, ist, dass die Geschichte, die er in diesen Personen mit einer musikalischen Intensität erzählt, die einen emotional, also empfinde ich das jedenfalls, vollkommen umfangen hält oder gefangen hält. Ja. Also ich kann mich dem nicht entziehen. Und als ich jetzt mehr über Bach gelesen habe und gelesen habe, dass er lange Zeit sehr kritisch beurteilt worden ist und eigentlich nicht die Bekanntheit hatte, also nicht annähernd, die er dann später bekommen hat, die er heute für viele hat, dass er überhaupt nicht das Idol war und offensichtlich damals bei seinen Zeitgenossen oder nach seinem Tod zunächst mal gar nicht das ausgelöst hat, was er heute bei vielen Menschen auslöst. Wie erklärst du dir das denn? Ich glaube, dass einerseits der Zeitgeschmack sich sehr stark verändert hat, ob das auch die Aufklärung war. Nur das Verrückte, Sie meint dieser junge Mann, von dem du erzählt hast, dessen Zeitgeschmack ist Bach ja nun auch nicht. Ja. Und trotzdem hat er was gespürt. Ich frage mich, wie weit man überhaupt diese Stücke noch aufgeführt hat. Denn wenn du denkst, wie viele Male hat Bach seine Matthäuspassion gehört, eigentlich nur die paar Male, wo er sie aufgeführt hat. Und wenn man die Musik nicht mehr aufführt, kann man gar nicht mehr eine Wirkung erzielen. Ich bin sicher, man wollte zu der Zeit nach Bach diesen klassisch galanten Trend weiterverfolgen. Das war quasi das Bild. Ich kann mir durchaus vorstellen. Und das gelang ja dann dem alten Zelter, der gesagt hat, ja, ich habe Bach wahnsinnig gern. Und der junge Mendelssohn war da und war fasziniert. Seine, wie heißt die Schwester von... Fanny. Fanny, ja. Fanny war fasziniert. Natürlich, das waren hochbegabte musikalische junge Menschen. Aber ich glaube, das gelang dem jungen Mendelssohn, der sagte seinem Meister Zelter, schau mal, die Matthäuspassion müssen wir aufführen. Das ist ein Stück, das wird die Leute erschlagen. Und das ist dann auch passiert. Das war ja dann auch so. Natürlich, wenn man die Musik nicht hören kann. Und wir können heutzutage natürlich fünf, sieben, zehn, zwanzig Fassungen der Matthäuspassion. Wo ist der ideale Ort zum Aufführen für eine Matthäuspassion oder Johannispassion? Muss es eine Kirche sein? Nein, es muss nicht eine Kirche sein. Es muss eine heftige, heftige Aufführung sein, im Sinne von einer tiefgehenden Aufführung. Und dann ist es erstaunlich, wie ein Publikum bei einer Matthäuspassion leidet, leidet, mitleidet, mitleidet. Und irgendwann gibt es diesen Moment, wo die Taube dann kommt und das Blatt bringt. Also als Zeichen. Oh, als Zeichen. Ah, wir sind bald an Land. Da gibt es eine Beruhigung im Publikum. Und alle sagen, wir haben die Sache überstanden. Natürlich gibt es Leute, die gehen jedes Jahr in die Passion und wollen das miterleben. Eine unglaubliche Reise. Aber es muss eben nicht in der Kirche sein. Es muss kein religiöser Ort sein, an dem sie aufgeführt wird. Nein. Für mich nicht. Und wir führen sie auch in der Turnhalle jetzt in Zürich dann auf. Die Johannespassion. Und diese Heiligkeit, das lauschende Moment, egal was die Leute dabei denken, das ist abhängig von einer sehr guten Besetzung. Und wenn der Evangelist nicht gut ist, dann ist das schrecklich. Das ist der zentrale Mensch, der die Geschichte einfach erzählt. Wenn du selber dirigierst oder wenn man im Chor singt, wenn man im Orchester spielt, würdest du sagen, das kann man dann selber auch in gewissem Sinne als eine religiöse oder spirituelle Erfahrung beschreiben? Ja, sicher. Ich weiss nicht, wie man eine religiöse Erfahrung beschreibt, was da alles auch dazugehören kann. Aber ich bin überzeugt. Und wenn ein Evangelist diese Geschichte so erzählt und alle gehen mit und alles funktioniert. Also klar, wir Musikerinnen und Musiker sind an sehr vielen musikal-technischen Sachen festgesetzt. Und wenn das Tempo nicht läuft oder wenn die einzelnen Orchestergruppen auseinander gehen, dann muss man das retten. Aber wenn das so richtig läuft und die Musikerinnen und Musiker kennen das Stück sehr gut. Ich könnte mir gut vorstellen, eine Johannespassion ohne eine einzige Probe mit den erfahrenen Leuten zu machen. Das wäre fantastisch. Die wären alle auch 180. Hoffentlich geht alles gut. Es würde gehen. Und es wäre sicher eine heftige Sache. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es immer wieder Leute gibt, die, wenn eine gute Aufführung da ist, wie das, was Bach gesagt hat, in einer andächtigen Musik Gottesgebenwart da ist. Ich glaube eigentlich, ja. Ich finde nur, für mein Musikerleben andächtig passt eigentlich nicht. Zumindest nicht mehr im heutigen Wortsinn. Es ist so eine gewaltige Musik und Andacht hat so etwas Stilles in sich gekehrtes. Und ich finde das Faszinierende, wenn man das hört und wenn ich dich erlebe beim Spielen, dann sind die großartigsten Momente, wo man sich selber eben nicht mehr spürt, sondern nur noch die Musik da ist. Ja, ja. Also weisst du, was ich weiß? Ein altmodisches Wort natürlich, Andacht. Das wäre dann Theologie historisch sicher hochinteressant zu sehen, wie wird das Wort Andacht. Also zur Andacht führen würde ich sagen, man denkt an etwas. Also man ist ganz in der Geschichte drin. Das kann natürlich durch eine Heftigkeit oder durch ein kontemplatives Spiel. Es gibt ja in den Passionen immer diesen Wechsel zwischen Kontemplation, zwischen Aktion und dann wieder die Gemeinde, die sinkt. Und das ist wie die ganze Geschichte abstoppen und sagen, so wir überlegen uns heutzutage, was das bedeutet für uns. Und dann geht die Geschichte wieder weiter. Also ein andächtiges Zuhören der Kinder, wenn die Geschichte vom Rotkäppchen und dem Wolf erzählt wird. Haben sie vielleicht den Daumen im Mund. Leben das mit. Das empfinde ich als auch eine andere Andacht. Ja, ja, du hast recht. Vielleicht würde ich es so, aber es wäre dann ein sehr spannendes Thema, zu sagen, wie erlebst du das, was ist Andacht für dich? Zahlreiche Seminartehmen. Zahlreiche Seminartehmen. Das war auch nicht das letzte Gespräch mit dir. Hoffe ich jedenfalls. Schön, ja, ich freue mich. Vielen Dank. Wir müssen, glaube ich, dringend aufhören. Eben Andi, der die Technik bei uns macht. Andi Gredig, der wird zunehmend unruhig. Für mich könnte es noch länger so weitergehen. Und ich habe zum allerletzten Schluss nur noch einen Wunsch. Du hast vorhin angedeutet, Bach, wir haben keine Überlieferung einer vollständigen Markus-Passion. Jetzt hat unsere Fakultät ja das Riesenglück, dass wir im nächsten März aber eine Markus-Passion, eine Aufführung erleben werden. Nicht von dem Komponisten Bach, sondern von dem Komponisten Lutz. Und ein Teil davon liegt hier schon notiert vor mir oder vor uns. Meinst du, du kannst ein paar Takte spielen? Ja, das könnte ich. Also der Eingangschor natürlich ist essentiell. Ich habe mich für H-Moll entschieden, eine sehr ernsthafte Tonart. Der Text, der überliefert ist und wahrscheinlich von Picander, von Henrici stammt, einem wichtigen Librettisten von Johann Sebastian Bach, heißt Geh, Jesu, geh zu deiner Pein. Und ich will so lange dich beweinen, bis mir dein Trost wird widerscheinen. Da ich versöhnet, ich versöhnet bin. Also ein hochtheologischer Text. Und ich habe etwas versucht in dieser Art. Und ich will so, und ich will so, Da könnte ich natürlich dann wieder ein nächstes kleines Seminar anschließen und erklären, welche Figur, welche Harmonie hat mich bewegt und warum habe ich die gesetzt? Das machen wir das nächste Mal. Wenn dann die Uraufführung stattgefunden hat. Du, also vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt und das war ein Podcast der Theologischen Fakultät, der Universität Zürich. Wir sind ja seit einiger Zeit auch auf Instagram und freuen uns natürlich, wenn Sie uns folgen. Da werden Sie dann noch einige Links auch zu Rudi Lutz und diesen großartigen Aufführungen, also den historischen Aufführungen, die er mit seinen Musikern und Musikern gemacht hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten muss man eigentlich sagen. Das sind jetzt dann 17 Jahre. Ja, fast Jahrzehnte. Also in den letzten 17 Jahren. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, und ich hoffe, wenn Sie diesen Podcast hören in der Karwoche oder vielleicht an Karfreitag 2023 oder in einem anderen Jahr, dass Sie vielleicht nochmal eine ganz andere Seite dieser Geschichte oder wie sie später dann gehört und musiziert worden ist mitbekommen.